Die EU schickt uns zurück in das Jahr 2014, denn es gibt eine neue Batterie-Verordnung. Nothing hat auch einige neue Informationen, zum Beispiel ein neues Kabel. Und es gibt jede Menge Leaks. Google ist diesmal nicht mit alleine mit zahlreichen neuen Technik-Leaks. Und da freut sich besonders Torben drauf. Ja, das wird ja heute die League of Legends, oder Fabian? Nur für dich. Sorry, dass ich gerade in dein Intro reingequatscht habe. Ich habe ganz komische, merkwürdige Sachen gemacht. Aber es ist egal, denn das Podcast bei einem nicht klimatisierten Studio, das ist immer wunderschön. Aber wir haben den Xiaomi Ventilator wieder hier stehen. Ich hoffe, ihr habt ihn, ich glaube, man hat ihn auch letzte Woche nicht gehört. Ich habe neue Kopfhörer auf. Alles anders, aber doch alles beim Alten. Wie geht's dir? Ja, bis auf die Wärme hier drin, eigentlich ganz gut. Es ist, weiß nicht, irgendwie eine Klimaanlage so, irgendwie ins Dach noch reinbauen oder so. Ja, machen wir vielleicht, wenn wir es ja alles ein bisschen neu machen. Mal schauen. Irgendwie ist heute ein bisschen komischer Tag. Alles ein bisschen durcheinander. Ich war heute schon eine Stunde mit der Entkalkung in der Kaffeemaschine beschäftigt. Habe ich fürs Team hier gemacht. Aber das war schon anstrengend genug. Aber jetzt habe ich Bock auf eine Runde podcasten. Ich muss sagen, ich fand den letzte Woche richtig cool irgendwie. Der kam auch gut an. War auch ein interessantes Thema, fand ich, mit dem Preis der Xiaomi Smartphone und der iPhones. Und das könnte man gerne nochmal nachhören, falls ihr den noch nicht gehört habt. Aber heute haben wir wieder ein großes Thema, denn das wird alles verändern. Genau. Die EU hat sich mal wieder entschieden, in so Technikregulierungen so ein bisschen einzugreifen. Und diesmal geht es an die Batterien. Da will man jetzt, dass deutlich mehr recycelt wird, was ja durchaus positiv ist. Und dass auch diese recycelten Materialien dann eingesetzt werden. Also dass da so ein bisschen ein Kreislauf entsteht. Weil jeder weiß, da werden Materialien benutzt, die man vielleicht nicht einfach so verschwenden sollte. Und ich glaube, das Interessanteste daran ist, wie man das quasi jetzt recyceln will. Weil wir kennen das im Smartphone alles fest verklebt. In Saugrobotern alles fest verklebt. Beziehungsweise gut eingebaut, ohne dass man da jetzt wirklich gut drankommt. Ja, und da sagt die EU, ab 2027 ist das nicht mehr so. Da muss man mit handelsüblichen Werkzeugen einfach die Batterie tauschen können. Ja, jeder selbst halt. Das ist halt wirklich krass. Das klingt wie ein direkter Schuss gegen Apple. Aber gut, das machen andere auch. Kannst du ein Samsung-Handy so leicht mit handelsüblichen Werkzeugen reparieren? Nee, sind ja mittlerweile alle verklebt. Alles verklebt. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Und deswegen 2014, das S5 war das letzte Samsung-Smartphone aus dieser Galaxy S-Reihe, was tatsächlich einen wechselbaren Akku hatte. Ja. Wer davon nicht betroffen sein wird, ist das Fairphone. Dann werden wir gleich noch drüber reden. Aber ich habe mich direkt schon an diesem handelsüblich gestört. Weil kann nicht Apple sagen, ey, wir verkaufen hier das passende Werkzeug nur fürs iPhone. Und du kannst es bei Amazon und in der Lage. Dann ist es ja auch irgendwie handelsüblich, oder? Ich weiß nicht, wie da die Auslegung ist. Ich freue mich schon auf den Apple-Turn. Man muss ja aber sagen, dass sie ja schon ein bisschen vorbereitet haben im letzten Jahr mit dem eigenen Zubehör-Ersatzteile-Store, der jetzt auch immer noch nicht so ganz hundertprozentig richtig aussieht, als ich das letzte Mal drauf war. Die haben den jetzt die letzten Tage nochmal verbessert. Ah, echt? Du musst jetzt zum Beispiel, es gibt ja ein paar Teile, wo quasi nochmal so eine Aktivierung stattfinden muss. Das kann jetzt wohl das iPhone auch selber, wenn du das dadurch in diesem, wie heißt das, Device-Reset-Mode oder so irgendwie. Das kann das jetzt selber. Vorher musstest du anscheinend bei Apple anrufen und die mussten das für dich aktivieren. Okay. Aber immerhin. Ja, also man merkt schon, ich habe das Gefühl, dass sie schon länger wissen, dass da was auf die zukommt und sie sich schon so ein bisschen einleitende Schritte gemacht haben werden. Weil man muss ja auch sagen, das iPhone 14 war das bestreparierbare iPhone bisher oder seit langem, keine Ahnung, hat auf jeden Fall einen guten iFixit-Score bekommen. Aber ja, es betrifft ja auch dann wiederum nicht nur Smartphones, sondern wie du es gerade schon gesagt hast, Saugrauberter etc. E-Scooter sind ein Thema. Die aber nochmal eine extra Regelung bekommen. Da ist es nämlich so, bei den Haushaltsgeräten, würde ich jetzt mal sagen, die soll man selber tauschen können, bei den E-Scootern und auch bei sowas wie einem E-Bike, soll es ein Fachhändler quasi tauschen können. Unabhängiger Fachhändler. Unabhängiger Fachhändler. Naja, das ist auch noch wichtig, weil ja, sonst hier nur unsere Zertifizierten und dann gibt es da irgendwie drei und die sind überteuert. Nee, Vertragswerkstatt für deine E-Scooter. Die Xiaomi E-Scooter Vertragswerkstatt. Vertragswerkstatt, ja. Das ist richtig irgendwo dann in Buchshut oder so. Ja, das ist auf jeden Fall echt ein Riesen-Step, könnte man sagen. Es kommt nicht ganz so schnell, wie man das ursprünglich gewünscht war, glaube ich. Es sollte jetzt eigentlich deutlich schneller kommen und selbst da hat jetzt, glaube ich, schon die Industrie beziehungsweise der Hersteller gemeckert, dass es dann doch so schnell geht. Aber ey, worauf will man warten? Die Natur, die Erde wartet sicherlich nicht. Du hast gerade schon angesprochen, seltene Erden, die da verwendet werden, die halt auch für nicht so gute Abbaubedingungen sorgen, halt in den entsprechenden Ländern. Von daher ist es super wichtig, da was mitzumachen. Betrifft ja aber nicht nur Konsumenten, sondern auch ein bisschen die Industrie und gerade auch E-Autos ist ein bisschen Thema. Also die zahlen allein an diesem, wie weiß ich, über eine Million Tonnen an Batterien und so, wo man jetzt schon mit umgehen muss. Und ich glaube, in der Industrie ist es aber jetzt schon eher, oder? Geht jetzt schon früher los, oder? Da bin ich mir gar nicht sicher. Also diese Haushaltsgeräte, das war diese 2027-Deadline, das ist ja jetzt auch noch nicht komplett verabschiedet. Das muss jetzt noch irgendwie nochmal, weiß nicht, welcher Rat bei der EU quasi, aber das soll wohl so nur so ein Formding sein. Ja. Die müssen dann nochmal Ja sagen. Dann ist dieser Übergangszeitraum, ich glaube, der ist sowieso immer ein Jahr. Und ja, die Gerätehersteller haben sich dann bei Smartphones und sowas nochmal ein paar extra Jahre gesichert, weil sie gemeint haben, ja, da müssten wir dann auch irgendwie Sachen verschwenden und keine Ahnung. Ich finde das halt auch spannend, weil auch wenn einem so ein bisschen egal ist, dass man da jetzt Ressourcen verschwendet, ist es ja zeitgleich dann auch gut, weil wie oft hat man das, dass irgendwie ein Akku dann den Geist aufgibt und dann guckst du dir an, ja, hier kann ich nicht mehr austauschen, also kann ich Müll werfen, muss neu kaufen. Und so spart man dann vielleicht sogar Geld auf lange Zeit damit, muss man dann schauen, wie teuer dann auch Akkus oder sowas sind. Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich die Frage bekommen habe, ob wir ein Smartphone noch mit austauschbarem Akku empfehlen können. Also es war ja wirklich früher so, Rückseite abgenommen, Akku raus, das war das Geile bei den 3310, das ist der runtergefallen, denn alle einzelne Teile zerbrochen, hast du wieder zusammengebaut. Das war schon auch immer ganz lustig. Ich frage mich nur, ob es wirklich nur ein Vorteil ist oder ob es die auch irgendwie schaffen, vielleicht gerade Apple da irgendwie auch einen Nachteil mit reinzubringen. Ich weiß noch nicht ganz wie, über dieses Werkzeug oder so habe ich schon fast überlegt, aber es dürfte schwer fallen. Das ist die Frage, wie es dann repariert werden bzw. ausgetauscht werden muss, weil so direkt würde man ja erstmal denken, also kleben wird vermutlich nicht mehr gehen, also müssen Schrauben irgendwie da sein oder man macht das sogar wie LG da mit dem G5, das konnte man ja unten quasi so entriegeln und den Akku rausziehen. Ach krass. Man konnte das dann austauschen. Ich habe gehört, die machen keine Smartphones mehr, vielleicht sollte man sich das Patent direkt mal abkaufen. Ja, das fände ich zum Beispiel ganz interessant, wenn das wiederkommen würde, weil das war eine Generation und da haben die ja auch so Grips und sowas vorgestellt, die man dann da unten reinstecken konnte. Ja, okay, das klingt erstmal interessant, also ein guter Hinweis an die Hersteller da. Ich habe gerade überlegt, ob man softwareseitig, also zum Beispiel, um irgendwie zu verhindern, dass sind nicht offizielle Akkus. Ja, das hat der Apple auch schon drin. Oder wenn du dann nicht offiziell, dann steht da. Musst du da anrufen erstmal. Bitte. Und dann gibt es noch die Freistaltgebühr oder so, ob sowas in die Richtung passiert, aber ja, im Endeffekt ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für zumindest für den Planeten, für die Erde, für die Umwelt, aber auch für den Konsumenten und dann müssten die Unternehmen, die Hersteller jetzt vielleicht hoffentlich mal in den sauren Apfel beißen. Ich meine, es hat sich ja super einfach, es war ja schon mal ungefähr an dem, ne, es war einfach so, dann hat sich es da wegentwickelt, weil sie das dadurch mehr Profit machen konnten. Wo ich denke, sie haben auch irgendwo genug Profit. Aber trotzdem, es ist immer noch ein kapitalistisches System, auch wenn es eine gute Intention ist. Ich bin mal gespannt, was uns da noch erwartet. Es wird irgendeine komische Regelung, irgendeinen komischen Zwang wird es da wahrscheinlich trotzdem geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Happy Peace alles cool wird. Mal sehen, ich meine, die EU hat ja auch schon quasi so, es gab ja die Situation jetzt schon mit Apple, dass die jetzt USB-C benutzen müssen und dann gab es so das Gerücht, dass Apple es so machen will, dass wenn du kein offizielles Kabel hast, es einfach langsam mal lädt. Und da hat die EU auch direkt gesagt, nee, nee, das werden wir auch verbieten. Also vielleicht sind die dann da auch direkt hinterher und die bekommen gar nicht die Chance irgendwie da so unfaire Dinge zu treiben. Ist natürlich dann auch das Rand, weil es ein Markt ist nur für Apple. Ja, aber halt ein riesiger. Ein großer, aber USA ist nicht der Größte, oder? Nee, ich würde sagen USA, China ist mittlerweile auch richtig groß. Da ist Apple ja wieder der führende Smartphone-Hersteller. Ja, also sie werden nicht anpassen müssen. Ja, ich überlege nur, ob es auch in Richtung, ne, hier Snapdragon oder Exynos-Prozessor, ob es da noch dann irgendwie eine Abstiefung gibt für Europa dann bei Apple. Aber das werden wir alles sehen. Also erstmal ist es im Grunde, es ist ein super wichtiges Zeichen von der EU und man hat endlich mal das Gefühl, die machen was und die kümmern sich da um was. Dreieinhalb Jahre hätte auch schneller sein können. Aber gut, so ein Jahr, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich auch schon einfach, muss realistisch sein, dass eine riesen Produktion hinter, die erstmal umgestellt werden muss. Deswegen ist selbst ein Jahr auch schon knapp bemessen. Aber naja, also wie gesagt, die Erde wartet nicht und es gibt neue Berechnungen, dass die bisherigen Berechnungen auch nicht so 100% akkurat. Von daher ist es schwer, aber auf jeden Fall ein super wichtiges Zeichen. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald Apple sich da was Neues ausgedacht hat. Dafür gibt es, ich dachte gerade, bei dem Kabel bin ich hängen geblieben. Aber ja, wenn wir auf diesen Sommer schauen, dann warten wir wahrscheinlich vor allen Dingen auf ein Handy, nämlich das Nothing Phone 2 und wir wissen jetzt auch, wann es kommt. Genau, 11. Juli, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe es nicht nochmal extra aufgeschrieben. Ja, müsste sein. Da wird es quasi vorgestellt und ja, es war letztes Jahr so ein Hype-Ding auch. Und ich glaube, jetzt langsam fängt da auch wieder der Hype-Train an. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es diesmal wieder so groß wird, weil es ist ja gar nicht mehr so lange dahin. Es ist nicht so lange genau. Es wurde ja schon ein bisschen angeteasert. Man hat so einen kleinen Ausschnitt gezeigt von der Rückseite mal und jetzt zeigt man das Kabel. Ja, was ich gut fand, muss ich sagen, was Carl Pay mal wieder besonders gut macht. Er hat das Kabel gepostet, das einfach ein USB-C auf USB-C Kabel war es glaube ich oder USB-A auf USB-C und es ist normalerweise Kabel, aber die Endkappe quasi da dran ist, ja das USB-C auf USB-C ist transparent und da steht Nothing drauf. Ja. Ich muss sagen, ich finde es cool, weil es ist halt einfach kein Standard Kabel und so bei mir ist dann die Berufskrankheit, ich habe eine Million Kabel ausgepackt. Ich freue mich über jedes Kabel, was mal ein bisschen anders aussieht. Ja, und das haben sie einfach, war einfach so ein weißes Bild, einfach das gezeigt und dann hat er darunter hier von Christian Bale aus, was ist der Film nochmal? Ich kann es ja nicht sagen. American Psycho, Caption This, weil das ist diese Szene, wo sie sich diese Visitenkarten vergleichen und das ist richtig, richtig weird. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Wenn ihr den Film kennt, dann kennt ihr die Szene natürlich auch. Und da merkt man wieder der Twitter-Grind und alles, was sie gerade anfassen, das machen sie schon richtig gut, finde ich. Also auch das ganze YouTube-Thema, wie sie da überall Konkurrenz reden und so reviewen ist schon, ey, cool und irgendwie halbwegs transparent hat man den Eindruck, wie das USB-Kabel. Transparenz wird da groß geschrieben bei Nothing. Wird da groß geschrieben, ja. Und jetzt kommt das Nothing Phone 2. Genau. Genau, und das wird am FNUD vorgestellt, Prozessor haben wir schon drüber geredet, wird der Snapdragon 8 plus Gen 1, das war ja schon im Vorhinein auch halbwegs bestätigt. Auch mit einer großen Kampagne. Mit einer großen Kampagne. Guck mal, da ging es halt los, schon Ende Februar war das, MWC. Krass, ne? Ich hätte noch ein bisschen mehr erwartet, aber gut drei, zwei, drei Wochen hat er noch. Ein, zwei, drei Teaser kommen da safe noch. Ich bin sehr gespannt, ob sie das Design so beibehalten, ob sie das irgendwie leicht abwandeln, ob sie das Ganze abwandeln, ob die Rückseite da mehr so ein Gimmick ist. Ob sie da noch mehr mitmachen. Ich denke mal, die Specs wird man sich halbwegs denken können. So, ich gehe mal, also man hört, dass der Akku größer werden soll. Es wird auf jeden Fall wieder ein 120 Hertz OLED Display sein, weil das gab es schon im Phone One. Ob es dann LTPO sein wird, würde ich dann erwarten, weil es ja eher Flagship-Niveau sein soll, dann wäre das schon cool. Kamera wird gespannt. Da habe ich auch überlegt, ob es einen dritten Sensor jetzt gibt. Aber es passt dann vielleicht nicht so ganz ins Design. Es ist und bleibt spannend, aber das ist nicht anscheinend nicht das einzige Produkt, an dem die arbeiten. Genau, die Smartwatch oder das Smartband wurde in der Verifizierungsbehörde geleakt quasi. Also man weiß noch nicht genau, was es ist. Es ist halt diese Kategorie Smartwatch, was aber auch jetzt so ein Smartband wie das Xiaomi-Band beinhalten würde. Und das ist natürlich dann auch wieder sehr interessant, weil es ist wieder eine neue Produktkategorie. Man hat jetzt Kopfhörer, man hat Handy und dann als nächstes natürlich so eine Smartwatch. Ja, also direkt wenn das Smartwatch einsteigen würde, fände ich es sehr mutig, weil da sind schon viele auch dran gescheitert. Und dann muss es auf, das finde ich super interessant, da habe ich, wir können vielleicht auch kurz ein bisschen drüber reden. Also gestern habe ich, hast du die Pixel-Reviews? Gestern ist anscheinend das Embargo-Review vom Pixel-Tablet gefallen. Und ich habe mir, glaube ich, nur MKBHDs Review angeschaut und ich hatte genau den gleichen Eindruck, dass es im Prinzip das gleiche ist wie die Pixel-Watch. Das ist wieder so ein First-Gen-Ding. Es ist irgendwie ganz cool. Einige Sachen stimmen daran. Andere Sachen sind irgendwie nicht zeitgemäß. Also wie oft MKBHD betont hat, dass man, dass es nicht schnell ist und so, ne, immer so dieses, ey, ey, don't get your hopes up oder so, ne, erwarte nicht zu viel und bla bla bla. Es ist so. Echt? Ja. Okay, ich habe, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir das von hier, I know Review angeguckt und mir fällt gerade sein Name nicht ein. Der kanadische, den auch so ein bisschen kleiner. Kanupsi? Ne, Mark auch irgendwas. Ach, ja, Sperrman. Ja, genau. Und die waren eigentlich beide ziemlich überzeugt davon, weil sie es einfach so cool fanden, dass man quasi einen Ort hatte, da ist mein Tablet und das ist da immer aufgeladen. Ich kann da Sachen drauf casten mit Chromecast und es ist jetzt halt kein Arbeitstablet. Es gibt keine Tastatur dafür, es gibt keinen offiziellen Stift, was auch sehr weird ist. Ja. Die Hülle, die sie angekündigt haben, ist anscheinend auch noch nicht draußen. Beziehungsweise die wurde nur geleakt, also da scheinen auch irgendwie so Produktionszeiträume nicht gut getimt gewesen zu sein. Und beide waren eigentlich ziemlich überzeugt dafür. Also interessant. Ich habe es auch nicht komplett zu Ende geguckt, aber ich hatte den Eindruck, die meine, die Speaker sind ganz gut und mit dieser Stocks, dann wird es so 20 Prozent besser. Und ja, es ist nicht schnell, obwohl da geht zwei, drei, also es ist nicht so schnell, wie man denken könnte. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Software liegt, sondern es war immer so ein bisschen rumdrucksen. Und genau das Gefühl hatte ich bei den Pixelwatch-Reviews auch immer. Weil es ist immer dieses, ja, es ist schon gut, aber wir würden eigentlich jetzt schon gern mehr haben, weil es ist auch irgendwo Google, aber es ist trotzdem ja die erste Generation davon. Und da hängt es jetzt davon ab, ich glaube, die zweite Pixelwatch wird wesentlich interessanter und das zweite Pixel-Tablet wird wesentlich interessanter. Und beim Pixel-Tablet, das mit dem Dock, finde ich auch eine geile Idee. Aber genau das ist das, was ich meinte, das ist mir so aufgefallen, weil ich dann irgendwo ein anderes Reel gesehen habe von irgendeinem Mac-Address oder so. Ey, what's the worst Apple-Products? Und ganz viel war, ey, die erste Apple-Watch war Mist. Oder das erste iPad war eigentlich auch. Und das erste iPhone. Das erste iPhone konnte theoretisch nix. Da konntest du keine Apps runterladen oder sonst irgendwas. Und ein iPad Pro ist jetzt so gut nach ewigen Iterationen. Die haben halt durchgezogen. Die haben halt aber auch das Kapital dann irgendwie dafür oder so daran geglaubt und immer wieder weiter daran gearbeitet. Und der Apple-Watch war ja mit erst ab der, ich würde sagen, ab der vierten Generation wirklich richtig gut. Und dann haben sie auch nicht mehr viel daran verändert. Aber die ersten, die dreier sind auch gerade eben vielleicht, aber dann war sie nicht so schön. Und ich glaube, das ist das Problem. Die erste Smartwatch und so, das wird wahrscheinlich alles nicht so. Geil sein. Gerade bei einer Smartwatch sind viele da gesteitert. Wenn die direkt mit einer Smartwatch rein starten, wäre mutig. Aber das wird auch zeigen, dass sie das, oder wie ich für die hoffen, dass sie es länger durchziehen. Aber ich glaube, es ist leichter, wenn sie mit einem Smartband einsteigen, was irgendwie was Cooles hat. Und das kann man auch cool machen, weil so eine Huawei Watch Fit 2 ist immer so meine Lieblingsempfehlung. Und das macht genau viel richtig. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Diese First-Gen-Sachen, die sind nicht leicht. Nothing hat schon einen guten, also für die drei, vier Produkte, das ist schon alles ganz gut geworden. Wobei man sagen muss, also sie haben schon jedes Mal irgendwie, also es gibt nicht viele Beispiele, aber von den Ear One auf schon die Sticks, da hat man schon irgendwie so den Unterschied gemerkt. Und von Ear One auf Ear Two, so grundsätzlich sind das immer noch die gleichen Produkte, aber sie haben so Dinge geändert, die dann einfach auffallen, wenn man es länger benutzt. Also das erste Case zerkratzt sehr leicht und all so ein Kram. Und da wirkte der zweite direkt so voller und umfangreicher designt oder so. Ja, so ein Smartband kann ich mir schon, glaube ich, besser vorstellen, wenn man sich da nicht irgendwie von außen noch Hilfe sucht. Ich glaube jetzt aber auch grundsätzlich, dass eine Smartwatch interessanter sein könnte, weil es immer mehr in die Richtung geht und ich glaube alle, ja, Handys sind immer noch wichtig für das Drumherum, aber eigentlich wäre es doch geiler, wenn du nur mit deiner Uhr leben könntest und gar kein Handy alles könnte, sowas du brauchst theoretisch. Und jetzt ist langsam die Smartwatch Hardware auf einem Level, wo man endlich auch mal damit arbeiten kann. und der neue Prozessor, der Fave Wearable 5 Plus Gen 1 oder wie der auch immer heißt, mal cool ist, sodass mal eine gute Plattform da ist und Awareness an dem Punkt ist, wo es jetzt auch mal lukrativ sein könnte, wenn du nicht Samsung oder Google bist. Und sonst gibt es ja auch nur Tickwatch und ich weiß nicht, um Fossil noch was macht. Das habe ich mir gerade gedacht. Am schlauesten wäre es doch einfach irgendwie Mobvoi zu kaufen. Ja, so, ne. Um da irgendwie zu verpartnern, weil das Problem, was die haben, ist, glaube ich, Branding und Komplett, ja. Support. Ja. Und was kann Nothing so Branding, Support, weiß ich nicht, Software, auch irgendwie, das Android-Update hat sehr lange gedauert, aber ich glaube, das war geschuldet, weil sie noch so ein kleines Unternehmen waren. Das hat ja auch in dem einen Video gesagt, dass quasi die Software noch quasi von außen kam und jetzt machen sie die eigen. Da gab es ja dieses große Nothing-OS-Update quasi jetzt am Anfang des Jahres. Das könnte vielleicht sein, aber ich weiß auch nicht, wie viel Kapital die haben, ob die da jetzt einfach so ein Unternehmen kaufen können. Ja, aber meinst du, wie geil so ein Smartwatch oder selbst ein Smartband aussehen könnte? Einfach so ein halbtransparentes Ding irgendwie? Das sieht schon cool aus. Ich glaube, das macht schon natürlich Sinn und ich kann mir vorstellen, dass die Smartband machen, auch weil sie, glaube ich, immer etwas eher Teures und was Günstiges mit den Kopfhörern, die Sticks waren ja auch, waren die günstiger? Weiß ich gar nicht mehr. Aber sie wollen, glaube ich, sie müssen auch, sie wachsen von unten raus und jetzt mit einer Smartwatch, da werden sie mindestens 400 Euro für nehmen, ist für die, glaube ich, eher so ein harter Hardsell anstatt irgendwie ein Smartband für 99 Euro. Stimmt schon, ne? Also, glaube ich eher, dass das in die Richtung geht. Wie gesagt, von der Zertifizierung, die bisher aufgetaucht ist, kannst du das nicht sagen. Man weiß halt, dass es irgendwie ein wearable Device ist. Da müsste man sich jetzt überlegen, was ist so, die hatten bisher, glaube ich, fast immer, naja, ne, eigentlich beim Nothing Phone eins, nur dieses Alleinstellungsmal, hier kabelloses Laden, was könnte das beim Smartband sein, irgendwie bezahlen oder so? Das wäre natürlich von Anfang an, krass, wenn du einfach bezahlen kannst damit. Ja, und dann kommt man irgendwie, it costs nothing oder irgendwie sowas. Mit Carl Pay? Oh, endlich, yo, noch gar nicht dran gedacht. Endlich kommt Carl Pay. Boah, das wär's, Alter. Das Carl Pay, NFC, Smartband for nothing. Das wäre sehr lustig. Das wär's. Boah, dann würde ich nach Lollon fliegen, den kurz umarmen und wieder zurück. Ein Nothing Beer da trinken. Das wär's ja auch noch, haben wir da schon drüber geredet. Das sind Bier gelandet. Ich glaube, das mal angeteased, ja. Die haben Bier noch nicht gelauncht, aber angekündigt und es soll noch dieses Jahr erscheinen. Also hier sind zwei Testkandidaten, würde ich sagen, oder? Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Es soll, glaube ich, man weiß sogar, ich glaube, man weiß, das sind 5,2 Prozent. Das ist so Craft Beer-esk und ist, glaube ich, im Viererpack oder so soll das kommen. Kostet wahrscheinlich 15 Euro, aber worth it. Ich bin sehr gespannt darauf. Also vielleicht so ein Early Bird, Early Beard, Early Beer-Angebot zusammen mit dem Nothing Phone 2. Chris ist ein Viererpack. Bin komplett dabei. Ey, aber was wäre eine technisch gesehen Folge ohne neue Leaks von Google? Keine Ahnung. Hat Google irgendeinen Slogan-Sound? Nee, ne? Keine Ahnung. Es gibt so ein paar Unternehmen, die haben das irgendwie so. Ja, dieses Netflix, dieses... Ja, es gibt neue Leaks von Google, also keine Ahnung, wie die da irgendwie ihre Informationen irgendwie rausgeben. Ich habe das Gefühl, Android Authority hat da auch irgendwie so ein Abo gebucht. Jede Woche jetzt ein Leak. Und diesmal ist es der Bildschirm von den neuen Pixel 8 Geräten. Und es ist jetzt vielleicht nicht die große Überraschung irgendwie dabei. Das Pixel 8 kriegt diesmal auch 120 Hertz. Ja. Was ich sehr gut finde, weil das war halt so mit der einzige Grundform, ich mir das Pro gekauft habe und das Pixel 8 ist ja normalerweise so eher das, was nochmal ein bisschen günstiger ist und jetzt mit Wegfall vermutlich, was so angedeutet ist, dass es kein 8a mehr geben wird, könnte das dann jetzt quasi das auch vielleicht nochmal so als Budget-Handy, auch wenn es immer noch so um die 600 Euro vermutlich liegt, werden. Und da finde ich das einen richtig guten Schritt, dass da die 120 Hertz drin sind. Ja, und ich wollte gerade sagen, da sehe ich die Bestehung drin, weil der soll nur 6,17 Zoll groß sein und das, war das 7a jetzt, 6,4? 6,3 oder 6,5? Also das hier unten drunter. Ah, 6,31, ja okay. Und das Pixel 7a jetzt auch wieder 6,1, wie die davorigen auch. Also es ist basically genau in der Mitte fast. Okay, nicht ganz. Aber ja, das wird wahrscheinlich relativ klar sein, dass dann keine A-Reihe mehr kommt, dass sie ein bisschen kompakteres Handy damit bieten wollen, der Unterschied zum Pro größer werden soll. Also sie einfach ein bisschen die Reihe aufdünnen und sich klarer positionieren wollen. Und die 120 Hertz sind aber jetzt auch mehr als fällig, weil es wird ja seine 600 Euro kommen. Ich habe diese 90 Hertz Grenze bei dem 6er noch verstanden, glaube ich, aber bei dem 7er hätte ich das eigentlich auch schon erwartet. Aber gut, also das finde ich super sinnvoll. An der Größe des 8 Pro ändert man theoretisch nichts. Man downgradet ist leicht in der Auflösung. Dafür gibt es deutlich mehr Helligkeit. Also von 1000 Nits auf 1600 Nits in der Spitze. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin ganz klar der Meinung, dass kein Mensch eine WQHD Plus Auflösung braucht. Ja, auf so einem kleinen Gerät ist es halt wirklich sehr scharf. Deswegen habe ich es immer schon, fand ich es jetzt ganz cool bei einem Xiaomi 12T Pro oder so. Das haben wir auch beim anderen gesehen, dieses Zwischending, das waren es dann mal 1220p, so also dieses 1,5K, haben sie es genannt oder so? Ja, 2K. Nee, nicht 2K, 1,5K. Also ein Zwischending und das reicht komplett. Wirklich klar ist es ein bisschen schärfer, aber das fällt hier nirgendwo auf. Und wenn man das wirklich haben will, dann geht man direkt zum Sony und holt sich da das 4K. Das ist halt wirklich so. Aber es ist interessant auch so von den Auflösungen und Displays. Und das hatte ich immer so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe immer bei Apple den Eindruck, das waren immer so Zahlen, die nicht der Norm entsprochen haben. Und bei allen waren es immer, okay, das ist immer dein 6,4 Zoll und du hast genau 2004 nochmal 1080p. Und jetzt gibt es mal irgendwie so, es wirkt so, als ob das einfach smarter irgendwie eigens gemacht wird, auf die eigenen Bedürfnisse, auf das Betriebssystem etc. irgendwie besser angepasst wird, damit es alles cool dargestellt wird. Und man nicht einfach irgendwas, ein generisches Display nimmt. Also es wirkt dadurch irgendwie mehr wie aus einem Guss, finde ich. Aber vielleicht interpretiere ich jetzt zu viel in die Auflösung. Nein. Vielleicht hatte Samsung auch einfach keine anderen Panels. Ich weiß gar nicht, ob da schon bestätigt ist, dass das von Samsung kommt. Das ist vermutlich von Samsung, von wem sonst eigentlich. Aber was auch noch geleakt worden sind, sind die Wallpaper. Wallpaper? Ja, vom Pixel 8. Ja, es gibt verschiedene Wallpapers da, die ist quasi. Achso, ich dachte, das sind da die Colors, sind die Farben des Geräts. Ja, sind aber auch tatsächlich wohl die Farben des Geräts. Also das Handy kriegt dann quasi auch noch eine Wallpaper von der Farbe, was irgendwie auch ein bisschen Quatsch ist, wenn man bedenkt, dass ja quasi dieser AI-Bildgenerator da jetzt für Hintergrundbilder drin ist und man sich das eigentlich so customisen kann. Aber naja. Und es gibt diesmal wohl für beide vier Farben, was ich irgendwie interessant finde. Bei Jade, Licorice, Porzellan und Sky, was natürlich auch wieder großartige Farben. Und halt auch schwarz, weiß, blau und grün sein. Ne, was ist das? Orange, grün. Peony. Peony. Beim Pixel 8 sieht es deutlich gelb, orange irgendwie aus. Was ist denn Peony, Jade? Ja, Licorice. Okay. Porzellan ist so pink. Magst du Lakritz? Wollen wir jetzt über Lakritz reden? Schon, ja. Ich auch. Ich weiß nicht, was die Leute gegen Lakritz haben immer. Ja, das ist auch immer eine wilde Diskussion. Ja, so wie Oliven. Oliven sind halt fancy Namen für Farben. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es interessant, das ist schon eine Auswahl dann mal. Ich sage mal, meine Lieblingsfarbe war immer noch das Korall, glaube ich. Das war alles Korall. Das war sogar exklusiv im Pixel Store oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass sie das jetzt hier auch machen. Ist ja auch smart. Ich meine, das finde ich bei Samsung auch super smart mit diesen Bespoke-Sachen. Du hast mega viel Auswahlmöglichkeit. Ja, aber es ist schrecklich, wenn man dahin verlinken will und eine bestimmte Farbkombination. So 8 Millionen Varianten. Gelde und Lila mit gelben Punkten. Zack. Was auch wieder geleakt wurde und gefaltet wird, ist das OnePlus V Fold. Ja. Ich muss sagen, dieser V-Name für Foldables, der ist ja ziemlich smart eigentlich. Ja. Hat Samsung nicht so dran gedacht mit dem Z? Ne, die wollten ursprünglich mal so eins machen, was man so ganz zusammenklappen kann, dann hat nicht funktioniert. Schade. Wenn V ist schon schlau. Was kommt bald? Ist das W? Dann kannst du noch. Ja, aber V macht schon Sinn, ja. Wohl B wird theoretisch auch. Was wird die Bewegung zeigen, wenn das wie so ein Buch oft? Na, egal. Ja, OnePlus V. Ja, erste. Sind das schon Render? Ja. Render sieht halt aus wie ein Foldable mit einem fetten Kameramodul. Ja, es überrascht mich da nichts mehr von. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, dass es in dem Find N von Oppo-Format quasi ist. Ah, das ist kleiner, ne? Aber ne, ist so ein riesiges Ding quasi. Würde vielleicht so in die Strategie von Oppo reinpassen, dass man jetzt quasi, ja, die Version auch so ein bisschen aufeinander abstimmt, dass man nicht jetzt doppelte Handys macht vielleicht. Sonst hätte man hier ja bei OnePlus auch sicherlich einen Flip machen können, weil das macht, glaube ich, für die Marke auch sehr viel Sinn. Ja, es ist halt wirklich wie so ein Seafold oder der Rest. Mittlerweile ist es nicht mehr so shocking, wenn ein Foldable rauskommt. Ich habe so das Gefühl, irgendjemand hat den Trend halt losgetreten. Dann hieß es für alle an, ey, das müssen wir auch machen. Und dann sind sie jetzt am Ende irgendwelche Entwicklungen, müssen die Handys rausbringen. Aber so richtig interessiert es eigentlich keinen mehr. Und es ist wirklich, also es ist bei vielen immer noch das First-Gen-Ding. Keine Ahnung, ich bin, aber ich glaube, ich werde richtig zum Foldable. Aber was es hier auch gibt, ist eine Kunstleder-Rücksalte. Sehr gut. Das muss kein Tier für sterben. Das ist auch schon mal positiv. Ne, außer du holst hier nur noch einen D-Brand-Skin. Scheiße, aber die Kunst sind mir richtiges Leder. Ja. Ja, sonst zu erwartende Prozessoren. 120 Hz, 100 LTPO-Display, 15 Megapixel-Kamera, Selfie-Kamera, 100 Watt-Chargen. Oh, ist es wasserdicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Sind OnePlus-Handys überhaupt alle mittlerweile wasserdicht? Ich glaube, das OnePlus 9 Pro war wasserdicht. Naja, das stimmt, ja. Ja. Ja, ist ein OnePlus-Problem da auch wieder. Kommt nicht nach Deutschland. Realme hat gerade noch quasi angekündigt, dass sie sich aus Deutschland zurückziehen, so. Offiziell, ja. Ja, Nextpit hat angefragt irgendwie da und sie haben gesagt, dass sie jetzt ihr Marketing hier zurückfahren und sie warten natürlich noch ab, ob sie mit Nokia eine Einigung finden, aber. No. Ich glaube, Nokia sitzt da und zahlt und zählt einfach Geld. Ja, das war einfach kein Zahn. Ja. Naja, wen das nicht betrifft, das ist Asus, die mit dem Zenfone, haha, nee, mit dem Zenfone 10, ähm, ein neues, nicht ganz so kompaktes Handy in den Startlöchernamen. Zenfone 9 war ja, oh. War der League falsch, oder? War der League falsch. Jawohl. Weiterhin 5,9 Zoll. Yes. Yes. Das hat man auch schon offiziell bestätigt. Sehr gut, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, war so eine Überraschung. Normalerweise sind so Leaks ja ziemlich akkurat, aber es bleibt voll bei 5,9 Zoll. Ich glaube, ich muss mal Asus schreiben. Ich habe sehr Lust, das ist denn von, wann soll das rauskommen? Nächste Woche schon. Ah, ich habe Urlaub nächste Woche. Du musst nächste Woche den Podcast ohne mich machen, Fabian. Ja, müssen wir noch irgendwen hier suchen. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr sehen wollt, stattdessen. Ihr habt die Auswahl zwischen Tim und Jens. Oder einem Gast, den wir spontan organisieren. Wer weiß. Wer weiß. Ich würde ja die von Around bis Sie fragen, aber die sind ja nie im Lande, laut Instagram. Die sind ja nur unter Taiwan, ne? Taiwan-Urlaub, blibla blub. Schöne Grüße an der Stelle. Ich hoffe, läuft bei euch. Aber ja, Zenfone 10 sieht potenziell super interessant aus, coole Farben. War ja für ganz viele so mal eine Alternative, gerade für ein kompaktes Handy, aber auch einfach rund um ein cooles Handy, wenn es preislich auch passt. Ja, das wird noch die Frage werden. Auch was im Blick falsch ist, man benutzt den 8 Gen 2, man bleibt nicht bei dem 8 Plus Gen 1. Also da sind dann auch wieder Kosten, die man quasi hat. Ja, ich bin gespannt. Ich finde, das sieht wieder phänomenal gut aus. Voll, ne? Also die Farben auch. Das Grün-Blau, finde ich schon. Das weiß sieht auch gut aus. Und es ist jetzt auch ziemlich symmetrisch, das Display. Sieht aber ein bisschen aus wie Minion-Augen, die beiden Kameras, wenn das so schief ist. Deswegen haben sie kein Gelbes gemacht, wenn sie Ärger kriegen. Kommt die Minion-Skin von D-Brand vielleicht. Ja, das sieht schon cool aus. Da habe ich mega Bock drauf. Asus-Handy, nur die Rock-Smartphones getestet. Megacool. Freue ich mich drauf. Ist Asus eigentlich chinesisch? Nee, ne? Taiwan. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Was wiederum deutsch ist. Ja, überraschenderweise ist auch jedes Mal denke ich mir, okay. Ist deutsch, ne? Oder holländisch? Ich weiß gar nicht. Boah. Nee, ist nicht deutsch. Niederlande, glaube ich. Ich glaube auch. Ne, deutsch war immer Gigaset, die auch ein bisschen sein. Aber ich glaube nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall. Okay, könnte man auch rausfinden. Vielleicht könntest du das mal eben googeln. Vielleicht ist das eine Info, die man schon haben will. Es geht natürlich um das Fairphone 5. Wie ist das, der Name schon sagt? Niederlande. Niederlande. Wir wollten es nicht falsch zuhören. Im Grunde ist Bas van Abo. Ja. Boah, ich liebe die Niederlande, ne? Ich finde das aber immer lustig. Ein schönes Land. Ja, Fairphone 5 Leaks gibt's. Die haben ja auch, die releasen ja auch nicht jährlich, ne? Ne, die lassen sich immer so ein bisschen Zeit. Die wollen ja quasi nachhaltiger alles machen und auch reparierbar. Was dann wohl auch alle. Vielleicht kauft jetzt auch irgendwer Fairphone. Einfach um zu wissen, wie man überhaupt noch so einen Batteriewechsel Smartphone macht. Ja, für die ist es leicht. Die müssen sich gar nicht umstellen. Die können einfach nach wie vor fast gar nicht. Ich weiß mal gerne, wie viele Leute so ein Fairphone haben. Wie viele ist das ja genau richtig? Also ich weiß, damals das 2 und 3, das war ja auch schon das gleiche Konzept quasi. Modular quasi. Kannst du es selber reparieren. Da hat die Hardware halt nicht gestimmt, muss ich schon sagen. Ja, sind halt immer so, wenn man jetzt quasi es mit etablierten Herstellern vergleicht, ist es halt, die kam nicht dasselbe Preis-Leistungs-Verhältnis. Also da sind immer Prozessoren drin, die was älter, beziehungsweise nicht so stark sind. Und die Kamera ist jetzt auch nicht das Beste. Aber wenn einem Nachhaltigkeit halt wirklich das Wichtigste ist, dann sind die da wirklich ein Top-Hersteller. Welcher Prozessor ist denn jetzt im Vierer? Das wüsste ich zum Beispiel nicht. Im Vierer ist ein 750G drin. Ist halt schon nicht so. Nicht so ganz. Aber theoretisch müsste jetzt drin sein, dadurch, dass die halt die Firmen, die den Prozessor machen, so unnachhaltig arbeiten theoretisch, müsste da doch, also ich meine, ich würde sagen, wenn sie jetzt schaffen fürs Fünfer, also absolut perfekte Wahl wäre der 8 plus Gen 1, wenn sie da jetzt, das wäre drüber, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass die in den 870er vielleicht gehen, aber die müssen schon in die 8. Reihe, weil ich glaube von dem 750er, also der einzige Step in die 7. Reihe wäre halt, das wäre 7 plus Gen 1 beziehungsweise der 778. Das wäre aber auch nur ein kleiner Step. So, wenn sie prozessortechnisch in die 8. Reihe steppen wollen, dann muss es mindestens der 870er sein. Vielleicht auch irgendwie sowas mal, was Neueres, irgendwie so ein 4 Gen 1 oder so, der jetzt kommt. Aber 57 war von der Leistung schon echt okay. Da war ein Mi Zen T Lite zum Beispiel und auch im Samsung Galaxy A52 oder 52 S. Bin ich mir relativ sicher. Könnte man jetzt googeln, habe ich nicht letztens schon mal gesagt? Komm, ich sage, der Snapdragon 750, gib mal ein Samsung Galaxy A52 S, sage ich, hatte den Snapdragon 750 G. Oh, Tauben. 778, dann hast du den normalen, also das A52. Oh, oder habe ich mich jetzt blamierend? 720 G. Was, wo war denn der 750er drin? Warte. Oh, fuck. Oh, ich habe gerade meine ganze Credibilität voll. Samsung Galaxy. 751, 750 G. MF 23. Nee. Das steht hier. Ah, A52 5G Enterprise. Ah, war das gerade, es gab ein A52 ohne 4G und 5G. Ja, in der 5G-Variante. Ja, okay, okay, halber Punkt. Halber Punkt. Ja, okay. Siehst du? Ah ja, doch, halb der Recht gaben. Ich dachte schon, ah, dann kam der S, kam das Upgrade. Ja, okay. Aber wir waren beim Fairphone und man hatte bisher halt so Ränder gesehen, man sieht, dass der Sims-Karten-Slot ein bisschen bewegt worden ist, aber was Nothing jetzt auch, Nothing, ich sag's schon, Fairphone auch macht, ist transparentes Glückseite. Ja, geil. Finde ich gut, das Statement direkt. Changes in your hands ist ein geiler Slogan. Ist nicht so das Transparente wie Nothing das macht, sondern eher wie Apple das mit den Beats gemacht hat quasi. Ja, ja. Aber man kann schon sagen, die haben jetzt so losgetreten irgendwie, so transparente Gadgets. Ja, okay. Den kam aber auch mal von Apple, also der iMac G3 oder wie das klingt, der war auch so halbtransparent. Ja. Krass. Ich muss mich, ich werde oft dafür kritisiert, dass ich so oft Apple als Referenz nehme und ich verstehe die Kritik, aber ich verstehe sie auch irgendwie nicht, weil es ist halt, das haben wir halt so mega festgestellt und das ist jedes Jahr wieder krass. Du kannst so viel über Technik reden, wie du möchtest, über neue Releases, Handys und natürlich hatte Nothing Phone Hype. Trotzdem hatte letztes Jahr kein Technikprodukt so viel Hype wie das neue iPhone. Guck dir YouTube Trends oder Google Trends, Merks, Suchvolumen, geht immer noch durch die Decke. Das ist einfach der Begriff. Um es möglichst vielen klar zu machen, ist das Referenzding, was jeder versteht. Deswegen benutze ich das. Manchen Vergleichen macht es Sinn, tiefer reinzugehen und so. So, ne, also ich, nur um das mal klarzustellen hier. Statement von Thorben. Juge, das sind Statements. Kommt man gleich zu meiner Empfehlung der Woche. Oh je. Jo. Von Fairphone zu zum nächsten nachhaltigen Unternehmen. Obwohl, sie machen teilweise was nachhaltig, wenn man es so einschränkt. Wir wollen ein bisschen über Temo reden, der neuen Shopping-Plattform. Wo wir uns gerade so ein bisschen zu einlesen und auch so ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, wenn man ja bei Social Media oder auch irgendwie, wenn man keinen Adblocker benutzt und natürlich alle unterstützt, dann sieht man oft mal Werbung zu dieser App-Webseite Temu und ist auch im App-Store und im Play-Store die Nummer-Eins-App gerade. Echt? Ja, also die haben ja sehr aggressives Marketing und das ist quasi ja, so eine Mischung aus AliExpress, Wish, also es ist eine neue China-Shopping-Plattform. Ja. Und ich habe es noch nicht, du hast einen Artikel dazu geschrieben, da wird auch schon fleißig diskutiert, weil jeder, wie gesagt, das mitbekommen hat. Und ja, so man könnte sagen, es ist Wish 2.0. Ja. Ob es sich so bewahrt, ob es den Leichenheit hat, weiß man nicht. Es ist jetzt in aller Munde, weil halt auch von Temu viel Geld investiert wird, um so einen Shop zu etablieren. Und das haben wir selbst im Kleinen, schon bei kleineren China-Shops gesehen, wird erstmal super viel in krasse Preise investiert. Die gehen jetzt erstmal voll auf Verlustkurs und machen so, dass es irgendwie attraktiv ist und sie ein bisschen was vielleicht dran verdienen. Aber haben zum Beispiel sowas relativ Interessantes mit diesem Lieferversprechen, könnte man sagen, dass man zumindest eine Mini-Entschädigung bekommt, wenn es nicht innerhalb von den zwei Wochen oder so da ist, dass man dann fünf Euro Guthaben oder fünf Dollar Guthaben geschenkt bekommt. Ist ja schon mal was Nettes, so ein kleines Entgegenkommen. Ja, sind sie auch noch, sind sie auch nicht die einzigen. AliExpress bietet das ja mittlerweile auch bei ausgewählten Produkten quasi an. Und bei denen scheint das wohl so zu sein, dass die zumindest irgendwie so lokale Versandlager für alles haben, dass wirklich deine Bestellung halt auch in so eine eine Tüte gepackt wird und dann halt im Gesamten verschickt wird. Ah, echt, okay. Auch wieder, AliExpress macht das mittlerweile auch. Wir sind da ja mal öfters was am Bestellen und da kommen da so riesige Tüten an mit noch mehr Zeug drin. Das ist immer ganz lustig. Auf jeden Fall. Aber woher kommt Temu denn jetzt? Ja, es ist quasi, also es ist nicht die gleiche Plattform quasi, es ist dahinter das chinesische Unternehmen Pinduodu. Das gehört so mit zu den größten Shopping-Plattformen da, wenn man Alibaba und JD.com sind die da quasi irgendwie so auf drei oder vier, habe ich so mich eingelesen. Und letztes Jahr sind die in Amerika dann als Temu gestartet. Das wurde auch da gegründet quasi und sind sich jetzt langsam so am Ausbreiten und jetzt ist halt Europa dran. Und da haben wir dann halt Temu. Ist auch die Aussprache, ich weiß es immer noch nicht so richtig, also sie schreiben irgendwie so, das ist Temu. Temu, okay. Heißt das irgendwas? Das haben wir noch nicht rausgefunden, aber ich glaube nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich fände es geht auch nicht so ganz so gut von den Lippen. Es ist halt die Frage, ob es dann, also erstmal ist Wish noch ein Ding? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sich ihren Ruf so ruiniert damit, dass da auch so viel Schrott verkauft worden ist oder das nicht angekommen ist oder. Ich glaube, was ja so ein bisschen das Vorbild ist, ist SheIn halt. Da weiß ich auch noch, dass es vor Ewigkeiten einfach so ein kleiner China-Shop noch war, der, ich weiß gar nicht, wozu der gehört hatte, war aber nicht zu Alibaba, ne? das war schon irgendwas. War es nicht Gearbest sogar und der wurde dann ausgegliedert? Es kann sein. Und dann ist das wirklich so ein globales Phänomen geworden für günstige Kleidung. Ich glaube, tendenziell eher für Frauen, zumindest so in der Wahrnehmung. und das ist jetzt glaube ich für viele chinesische Firmen nochmal so ein Vorbild. Es ist ja irgendwie auf jeden Fall global auch zu versuchen und dass das durchaus geht. Geht natürlich genau irgendwie in die andere Richtung zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter, weil was man da aktuell so bekommt, ist ja jetzt auch nicht unbedingt hochqualitative, langlebige Markenware, sondern geht ja schon in die Richtung, ey, das habe ich bei AliExpress vor vier Jahren schon gekauft, oder? Genau, also das teuerste Produkt, was ich gefunden habe, was man so in dem deutschen Shop von Temo kriegt, also wenn man so in den amerikanischen guckt, geht es dann auch nochmal ein bisschen höher wohl, weil die hier auch sehr darauf achten, dass man nicht über diese Zollgrenze mit 150 Euro kommt. Und ja, das teuerste war ein Teclas-Tablet. Aber es gibt diese Produkte, es gibt auch ein paar Xiaomi-Sachen, aber nicht in der Menge irgendwie von AliExpress, da kriegst du ja wirklich alles, sondern dann auch irgendwie älterer Kram, aber es ist halt wirklich, weiß nicht, Nackenventilator oder Switch-Zubehör, so ein Kram halt, aber auch viel Kleidung. Also da sind sie dann auch irgendwie bei Shein quasi. Aber ist das dann auch so marktplatzmäßig, dass es dann nur quasi einzelne Händler und das ist nur die Plattform, worüber die das anbieten? Genau, also das läuft genauso, wie das jetzt zum Beispiel Ebay macht. Bei Amazon gibt es ja auch ganz viele Marketplace-Händler, die bieten dann natürlich ich noch ihre eigenen Sachen an, aber einen eigenen Temoshop habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Testbestellung schon mal rausgefeuert und halten euch da auf dem Laufenden, sobald wir ja einen Eindruck haben, ob das irgendwie sicher, ob das seriös ist und was von den Produkten zu halten ist. Wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt und vielleicht schon mal was bestellt habt, ich war überrascht, wie viele Leute das schon bestellt haben, so anhand der Kommentare. Lasst uns das gerne ruhig auch hier in den Kommentaren wissen. Ich war gestern überrascht, ich habe das meiner Mutter erzählt mit Temo und die meinte, ja, die Nachbarin hat da letztens auch was bestellt und ich war da auch schon überlegen. Ja, okay. Es ist schon so weit. Es ist schon so weit. Ja, okay, gut zu wissen. Gutschein in der Lokalzeitung bald schon. So weit. Das ist was so schlimm ist bei meiner Mutter auch. Liebe Grüße an Fabians Mutter. Was man sich aber auch gönnen kann, wo man ein bisschen mehr für ausgeben muss, ist der neuen Spotify-Dienst. Genau, es ist schon lange irgendwie gemunkelt, es kommt eine Spotify-Hifi-Version, die scheint man jetzt wieder auf. Haben wir da nicht mal einen Podcast verzweigen? Ja, haben wir ja schon lange drüber. Ich erinnere mich, ja. Ja, es ist gerade intern wohl als zu Premium gelistete Supername und das soll quasi diese Hi-Fi-Version noch mit weiteren Sachen bündeln. Also da soll es dann wohl einen größeren Zugang zu Hörbüchern geben. Das scheint wohl Spotifys neues Ding zu sein, dass sie Hörbücher richtig pushen wollen. Ich nehme an, die sehen, wie erfolgreich sowas wie BookBeat oder so ist und das soll dann quasi in einem noch teureren Abo quasi sein. Also 10 Euro sind wir bei Spotify, glaube ich, noch und 20 Euro soll dann dieses Hi-Fi-Ding kosten, was jetzt vergleichbar, wenn man jetzt zu sowas wie Koboos oder Tidal greift, ist man da auch quasi in diesem Preisbereich. Apple ist da zum Beispiel sehr günstig. Ich glaube, die sind ein bisschen über 10 Euro mittlerweile. Die haben ja nochmal Preise erhöht, aber die haben ja dann quasi Atmos und Hi-Fi-Dateien. Es ist ganz spannend, weil ich glaube immer noch, dass dieses Hi-Fi-Ding nur von sehr wenigen überhaupt gebraucht wird. Also es ist halt immer so, das Ding, man kann es hören, aber wie wichtig ist das allem? Also ich denke immer so viele Leute, die ich kenne, die damals irgendwelche YouTube-Rips mit 64-Kilo-Beit-Sekunde auf ihren MP3-Playern hatten, da habe ich also gar kein Vertrauen in Hi-Fi-Streaming. Ja, ist glaube ich wichtig, um das mit anzubieten und die Kunden dann nicht zu verlieren. Wäre das was für dich? Würdest du die 20 Euro mehr Höhe bekommen? Also ich finde, also ich gebe ganz richtig gern mein Geld für Spotify aus, weil ich nutze es jeden Tag. Es war dann damals so eine Entscheidung für Spotify, es war dann glaube ich die beste App, wobei ich die auch nicht so super finde, muss ich sagen, und jetzt ist sie schlimmer geworden, aber dann ist es jetzt so tief drin, dass du nicht mehr switchen möchtest mit Playlists und so, keine Ahnung. Es war ein schwerer Wechsel von Spotify zu Titel. Es gibt zwar mittlerweile so, die dir das quasi kopieren, aber es ist halt auch irgendwie so suboptimal. Also ich habe wirklich damals, ich habe aktiv Musik gekauft und so, also digital, aber auch physisch CDs, dann mal so von Freunden Sachen bekommen und ja, dann wenn es nicht anders geht, auch YouTube Rips oder so. Ich habe ja da echt über Jahre hinweg so eine Mediathek von 50, 60 Gigabyte, 70 Gigabyte, fein sortiert, aufgebaut, war ich richtig stolz. Jedes auf dem iPod, jedes Lied braucht ein Cover, Cover hinterlegt in der Datei, musste sein. Und dann hat man sich ein Spotify gemacht und dann ist es auf einmal bekommen. Seitdem braucht Tauben kein Speicher. Ich habe ganz lange auch dann studentenmäßig bezahlen können, dann war es halt echt affordable, aber 10 Euro kostet ja mir so, was kriegst du noch für 10 Euro? Kriegst du die ganze Musik der Welt ungefähr? Ja, ist auch ein Problem muss man sagen für die Künstler. Natürlich ist es nicht cool, es hat sich jetzt da eingewechselt. Es wäre natürlich auch cool, wenn es irgendwie für die Hi-Fi-Sachen, wenn dann auch mehr bei den Künstlern hängenbleiben würde, was aber glaube ich bei Tidal ja so ist. Tidal macht das so, da wird quasi sowieso mehr ausgeschüttet und es wird glaube ich auch nach wirklichen Lissens quasi vergütet und dein meist gehörter Artist trägt einen Euro von deinem. Ja, aber das wäre ja vielleicht auch wirklich so ein Incentive für dieses Dingens, wenn du das sagst, ey, mit diesem Dingens unterstützt du deine Lieblingskünstler am meisten. So, weißt du so. Weiß ich aber nicht, ob die das machen. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach so das Ding ist, wir wollen unseren Aktionären zeigen. Ich weiß nicht, sind die überhaupt öffentlich an der Börse? Nee, noch nicht. Weiß ich gar nicht. Es gibt aber so eine Netflix-Doku über die, oder? Echt? Von Spotify? Ist das eine Doku richtig oder so ein Spielfilm, dieses Unlisted oder sowas? Ich habe es noch gar nicht. Spotify-Aktien. Ja, sind in der Börse. Oh, läuft jetzt. Ja, die haben das 20 Euro Abo gehört. Zack, zack. Hast du denn Star passiert? Die sind ja richtig dieses Jahr am Anfang des Jahres. Oh. Okay. Meine Empfehlung in der Woche, die Spotify-Aktien. Auf keinen Fall. Ich habe keine Ahnung. Kein Financial Advice. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine. Ja. Hast du denn eine Empfehlung in der Woche? Ja, auch irgendwie so schwer. Schwer. Ich habe Wednesday angefangen zu gucken. Ah, ja. Sehr zügig, nachdem ich glaube, Halloween das rausgekommen ist. Ist ganz interessant. Ist jetzt bestimmt nicht die beste Serie der Welt. Hat mich irgendwie ein bisschen an Harry Potter merkwürdigerweise erinnert, mit der Schule da oder so. Ja. Ansonsten bin ich, glaube ich, nur am Diablo-Spiel. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da kann man sehr viel Zeit für reinstecken. Na ja. Ich zocke nichts gerade. Ich sehe hier diesen 75 Zoll Fernseher, der hängt. Ich habe Lust zu zocken. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Nee, das kann ich auch nicht empfehlen. Ich weiß nicht. Ich hatte so ein Reel gesehen. Es kann sein, dass ich letztes Mal ein Bierchen mal zu viel getrunken hatte. Und dann habe ich mich an so ein Reel erinnert von Anthony Boudin, der leider von uns gegangen ist. Aber der hatte so ein Ding, so ein Reel, also ausgeschnitten als Reel, seinen besten Hangover-Cure. Und das war, ich hätte noch was anderes gesagt, das habe ich nicht befolgt, aber eine Cola, eine eiskalte Cola und so spicy Chinese Food. Was habe ich gemacht? Das hilft. Sehr gut. Das ist sehr lecker. Kann ich empfehlen. Das ist gut für alles. Aber ist das so scharfes Essen, nachdem man vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hätte, ist es für den Magen-Darm-Takt so förderlich? Das war nicht so super spicy. Das war so Szechuan Food. Das ist so eine spezielle Richtung. Ich weiß nicht, aber es war halt so, also er hatte schön Nudeln irgendwie von so einem Restaurant. War schon ganz gut. Und eine kalte Cola von der Tankstelle dazu geholt. Das merke ich mir. Soll auch nicht so oft vorkommen, aber wenn es mal vorkommt, hat man ja sicherlich schon mal. Und ansonsten, ich kann das nochmal empfehlen, weil man nämlich bezahlen soll. Hier das T-Shirt. Das ist mein Lieblingst-T-Shirt tatsächlich. Von einer deutschen Firma namens Salzwasser. Ich komme aus Hamburg. Ist halt fair, bla bla bla. Richtig guter Stoff und fällt gut. Ist ein bisschen teurer leider, muss ich sagen. Aber ich glaube, das hält für die Ewigkeit und ich würde am liebsten noch ein zweites davon haben. Ist wirklich eine gute Marke. Gibt es irgendwie so ein Konkurrenzunternehmen, was Süßwasser heißt? Das mache ich jetzt auch. Also ich bin damit happy. Es war nämlich, ich sage das jetzt auch bewusst nochmal, weil irgendjemand mal geschrieben hat in den Kommentaren, dass wir nicht nur Netflix-Sachen empfehlen sollen, sondern ich auch mal irgendwelche fairen Schuhe empfohlen hatte. Und die fand das total toll. Deswegen gehe ich nochmal bewusst in Richtung Kleidung. Gegenteilig, wer sowas wie Ski-Innen vielleicht nicht so cool findet, gibt ja auch viele coole, etablierte, kleinere Marken. Ist dann oft ein bisschen teurer, aber hat man meist auch was länger von und hat dann auch irgendwie einen coolen Support. Ist dann so meinetwegen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es einem ein bisschen zu teuer ist. Weil so ein T-Shirt, was glaubst du, was kostet so ein T-Shirt? 30 Euro? Nee. 30 Euro ist das schon normal für, ist es teurer. Also ich trage hier ja nur so Blank-T-Shirts nachhaltig für 11 Euro pro Stück. Ah, echt? Ja, das habe ich auch schon mal. Aber ich habe immer so versucht, es gibt dieses von Stella und irgendwas. Ja, das ist quasi, also ich glaube, das ist jetzt Grundstoff. Ich glaube, die benutzen Stanley und Stella. Stanley und Stella, genau, weil du darfst dann nicht selber direkt bestellen. Die machen das nur über dritte Dinge. Ja, das ist schrecklich. Ja, von die hatte ich auch schon versucht und dann musst du über so eine Druckerei gehen, die das dann auch direkt anbieten. Das ist total doof gelöst. Ja, aber das wollte ich auch nochmal ausprobieren. So, weil, ja. Oh, das kostet glaube ich 50 oder so. Das ist schon ein bisschen teurer. Ja, okay, krass. Also auch ein guter. Kriege ich fünf T-Shirts. Ja, ist doch fair. Das war wahrscheinlich besser. Dann nehmt lieber Fabian's Tipp. Stanley und Stella T-Shirts, wenn die gut sind. Muss ich auch noch ausprobieren. Aber jetzt gerade, gerade so im Sommer, wenn du merkst, wenn du echt abends direkt wenn du nach Hause kommst, wenn du einen Rucksack aufhast im Zug. So, das ist schon ein gutes T-Shirt, schon wichtig. Genau. Sonst noch was? Xiaomi-Ventilator. Xiaomi-Ventilator. Ohne wäre gar nicht möglich. Ja, es ist wirklich so. Jede Nacht beim Schlafen muss irgendwas schön. Ich glaube, ich muss dadurch auch in meiner Nase putzen, weil es glaube ich nicht so gut ist. Ich finde das auch echt immer, ja, überraschend, dass der Akku morgens noch läuft. Ach, krass. Da hält tatsächlich so eine Nacht durch, wenn man jetzt nicht auf fünf oder so. Ja, theoretisch auf Niederläsststufe bis zu 20 Stunden, glaube ich, aushalten. Aber dann ja mittel oder so Hälfte, circa. Ja, machen wir diese automatische an. Das ist zwar auch irgendwie immer ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl, aber ja, muss. Muss. Muss sein, Leute. Was auch sein muss, muss ist ein Abo, eine Empfehlung, eine Bewertung auf den gängigen Podcastportalen. Und was auch sein muss, ist, dass ihr eine gute Zeit habt. Bis zur nächsten Folge. Danke wieder fürs Reinhören, fürs Mitkommentieren. Ich bin nächste Woche nicht dabei, aber jemand anders. Und wer das sein wird, dafür müsst ihr draufklicken und abonnieren. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.